Wir müssen los. Alcatraz, sie kommt zu mir. Wieso nicht? Okay, was passiert? Okay. Ja. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Vielleicht kommt es ja noch raus. Oh, kann ich hier rein? Was machen die denn da dran? Hier? Achso, in der Stadt. Tja, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen, ne? Ja, das ist tot. Uh, Sammlerstück. Ich war auf Lin Shen und hab Stryff in Sterbensee. Ja. Oh. Na dann, wo ist die Haupthalle? Die Haupthalle, Sammlerstück. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahn steigen. Sagen Sie Dickersen, der erste Zug soll losfahren. Okay. Unsere Zeit ist gerade ab. Was los? Auf Kampfstattung. Auf Kampfstattung. Komm, Schaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit? Schlage den Surfangriff zurück. Okay, wo sind die denn überhaupt? Bam! Gefahr. Tschö, das war ein Fahrstuhl. Ob ich wohl gestorben wäre, wenn ich da unten stehen geblieben wäre? Alter Schwede, okay. Erstmal die Dicken hier. Ja, das ging schnell. So, kein zweites Mal. Bam! Verpiss dich. So, ich muss mich kurz hier zurückziehen. Das war doch ein bisschen Fille. Ja. Ach so, scheiße, da ist der Heino. Oh, war vielleicht nicht ganz so gut aus der Entfernung. Oh, Ruhe. Ist das nicht wunderbar? Alter. Ah, so viel zu denen. So, kurze Energie nachladen hier. Solange die mir die Zeit dazu geben. Bam, immer rauf auf die Scheiße hier. Ah! Verpiss dich! Alter, noch so ein fettes Schieb. Ja, genau. Oh, oh. Vielleicht ist meine Position hier etwas suboptimal. Mal. Ach komm, verpiss dich. Ah! Groß Angriff! Verstirb, hm? Verstirb, du Schwein! Ach komm, gleich der nächste hier. Zack. So, dann wollen wir mal zusehen, wie wir hier an Raketenwerfer kommen. Hier gibt's schon mal keine. So, haben wir hier unten irgendwas? Munition nachfüllen ist gut. Hier haben wir ja noch F-Jaw. Ach du Scheiße. Ha! Wie machen wir denn das? Ganz ruhig! Freak, ey! Wie ein aktiver kleiner Scheißkerl. Oh, verdammt. Vielleicht nicht ganz optimal meine Position da eben. Was? Nein! Oh, fuck, ey! C4, ja, immer her damit. Jackal, nee. Jetzt gerade nicht. Da komm ich natürlich nicht durch. Hab kein Geld dabei. Okay. Oh, oh. Geht er aus dem Weg. Ja, das war ich. Na dann eben extremer Nahkampf. Swarmer, jawohl. Jetzt kommen wir der Sache hier langsam näher. Ah, tut das weh? Wohl nicht. So, jetzt muss ich nur zusehen. dass ich irgendwie ungesehen von dem Kerl, von dem Großen. Ja, das dazu. Ungesehen. Ah, vielleicht doch noch nicht so ganz. Ja, jetzt habe ich mich gerade selbst gekillt. Scheiße. Das ist natürlich doof gelaufen, ne? Ah, das war... Was ist das? Oh, verdammt. Scheiße. Ah, scheiß Start hier. Oh, fuck, ey. So ein Pisskram. Ja, 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 bla bla bla. Ah, tschüss. Lachtwixer, ey. Naja, die gefällt mir nicht. So, versuchen wir mal direkt hier einen... Ups, präventiven Treffer. Ja, das war ein guter Treffer. Der war gut. Nicht mit mir. Am Arsch. Wer denn jetzt schon wieder hier? Genau in der Sekunde, wo ich mich enttane, verpasst er mir einen oder was? Das ist doch kein Zufall. Das können die mir doch nicht erzählen hier am Arsch. Ja, kommt rein, dann geb ich euch. Maaah. Du kleine, miese Drecksratte. Was sollt ihr denn? Die verkackte Scheiße hier schon wieder. Boah, Bullshit, Mann. So ein Scheiß hier immer. Jetzt bin ich stinkig auf euch. Flachwixer. Okay, auch nicht schlecht. Okay, auch nicht schlecht. Wieso hab ich jetzt nur... Alter, ich hab ja gar nichts. Fernkampf-Scar, so. Dann springen wir mal hier wieder rüber. Versuchen in seinen Rücken zu kommen. Das Übliche. So. Ich hoffe, das hat weh. Ui, ui, ui. Hm. Okay, lief auch. Naja, ich hab ihm ein paar verpasst. Du Sau. Schau mir nicht immer meine Energie hier. So. Jetzt hab ich dafür keine Munition mehr. Ab... Und hab dabei nur fast alles verschwendet. Naja. Schnell durchsprinten. So, wenn alles glatt, lol. Fuck. Ja, so viel dazu, ey. Am Arsch. Verdammt, ich krieg keine... Oh. Sehr schön, was man hier für scheiß bauen kann, immer. Oh, fuck. Oh, ich hab dich gesehen. Fick dich. So, Energie aufladen und... ...weiter geht's. So, in der Hoffnung, dass ich noch einen Raketenwerfer mehr finde. Alter, wie schnell der sich mitunter dreht. Voll hyperaktiv. Ja, der Arsch, Mann. Dreht der sich gerade da weg, wo ich auf ihn schießen will? Wollen die mich verarschen? Das ist doch voll ein Witz. Das ist doch voll ein Witz. Was ist das für eine Waffe, bitte? Ach, das ist nur eine Ska? Cool. Reflexvisier nehm ich mal drauf. Irgendwie Banatwerferaufsatz. Und zack. Ja, aber den will ich nicht ausrüsten. Ah, friss das! Du Schwein! Ich weiß, extrem. Genau. Fuck damit!